Untertitelung des ZDF, 2020 Also, es geht richtig bunt hier heute in die Nachmittagszeit, halb 4. Mit dem Sieg von Christina Herring über 600 Meter, mit dem Meeting-Rekord von Abel Zucker über 600 Meter und jetzt dem letzten Lauf. Wir feuern wieder an, sie kommen auf die Gegengeraden, der Wind peitscht ihnen entgegen. Also, sie brauchen eure Unterstützung mit der 181 Mark zum Zell und mit der 480 Nemenshova. Marc Chorcell und Clemens Schohr, sie sind hier vorne, sie werden das Ding unter sich am Meer ausmachen. Die anderen versuchen natürlich, eine vernünftige Bestzeit, sich hier rauszulaufen über 600 Meter. Er wird auch im Hintergrund, ich bitte noch mal richtig gesportet, da will man sich noch einmal verbessern. Und am Ende, die Siegerzeit, Superreder Sieg 1.2152, fast wie im Lauf. Davor und Michael, es geht stark auf stark, 1.000 Meter, weil es war auch nicht. Ich bin joh. Ciao.